Meditieren gegen Wut. Bist du öfters ärgerlich? Bist du öfters wütend? Kann Meditieren dort helfen? Hast du vielleicht besonders gute Gründe, auch wirklich wütend zu sein? Ja, Meditation kann helfen gegen Wut. Meditation kann helfen dagegen, dass du so cholerisch bist. Und es gibt verschiedene Aspekte und ich möchte über drei Aspekte etwas sagen. Das erste ist, Meditieren an sich ist gut gegen Wut. Zweitens, es gibt spezielle Meditationstechniken, die besonders gut sind gegen Wut. Und als drittes, Wut könnte auch vom Ayurveda her als Pitta-Prinzip bezeichnet werden. Und so gibt es spezielle Meditationen vom Ayurveda her, um Pitta zu reduzieren und damit Wut zu reduzieren. Zunächst, Meditieren ist allgemein gut gegen Wut. Angenommen, du bist jemand, der dazu neigt, cholerisch zu sein, ärgerlich zu sein, oder du bist gerade jetzt in einer Phase, wo du fast platzt vor Wut. Meditieren ist gut. Meditieren hilft dir runterzukommen. Letztlich kann man sagen, Angst, Ärger und auch Depression sind alles Aspekte der Stressreaktion. Wenn der Mensch Gefahr erlebt, kann er auf drei Weise reagieren. Fliehen, Kämpfen oder Totstellen. Fliehen ist verbunden mit Angst, Kämpfen ist verbunden mit Ärger, Totstellen ist letztlich verbunden mit Depressivität. Manche Menschen neigen unter Stress eher zu Ängsten, manche neigen eher zur Wut und Ärger, manche neigen eher zur Depressivität. Und bei manchen kommt auch mal das eine und mal das andere, oder das eine geht ins andere über. Also, wenn du meditieren willst gegen Wut, heißt es also, dein Stressniveau zu senken. Die Entspannungsreaktion auszulösen. Und das geht durch Meditation sehr gut. Wenn du meditierst, dann schaltet sich dein Hirn um, dein Nervensystem um, deine Psyche um. In der Meditation kommst du wieder runter und dann hört die Wut auch von selbst auf oder wird mindestens weniger stark. Eventuell hat dir die Wut auch einen Grund und eventuell wurde dir übel mitgespielt. Und eventuell willst du auch gar nicht deine Wut so sehr reduzieren. Aber wer schreit, hat Unrecht, heißt es im Deutschen. Und wenn du wütend bist, kannst du selten effektiv etwas tun. Umso wichtiger, dass du eben lernst, nicht so wütend zu sein. Umso wichtiger, dass du in der Meditation deine Wut etwas dämpfst und die Kraft hast und danach kannst du ja mit Gelassenheit und doch mit Geschick und Engagement den Grund für die Wut umbekämpfen oder dich einsetzen für die gute Sache. Spezielle Meditationstechniken gegen Wut Ich will hier zwei Meditationstechniken rausgreifen, die in besonderem Maße gegen Wut hilfreich sind. Das eine ist die Mantra-Meditation und das zweite ist die Achtsamkeitsmeditation. Wenn du jetzt schon verschiedene Meditationsvorträge von mir gehört hast, wirst du vielleicht festgestellt haben, das sind tatsächlich die beiden Techniken, die ich insgesamt am meisten empfehle. Vielleicht auch deshalb, weil es die beiden Meditationstechniken sind, die am besten empirisch untersucht sind und die tatsächlich sich zeigen als wirksam zum Stressabbau, als wirksam gegen Ängste und wirksam gegen Wut. Zunächst Mantra-Meditation gegen Wut. Mantra-Meditation hilft dir, nach innen zu gehen. Mantra-Meditation hilft dir, dein Geist mit Positivität zu erfüllen. Mantra-Meditation hilft dir, auf eine höhere Bewusstseinsebene zu kommen, auf eine höhere Schwingung zu kommen. Letztlich, die Wut ist in einer bestimmten Schwingung des Geistes da. Wenn du mit Mantra dein Geist auf eine andere Ebene gehoben hast, dann ist auch die Wut weg. Und so ist Mantra-Meditation sehr effektiv gegen Wut. Eventuell willst du sie auch verbinden mit tiefen Baucharten. Ich empfehle ja zum Beispiel, um Ärger und Wut zu umzuwandeln in positive Kraft, doppelt so lange auszuatmen wie einzuatmen. Es gibt auch eine Sanskrit-Atemübung, die nennt sich Murcha. Und die ist damit verbunden, dass du doppelt so lange ausatmest wie einatmest. Und dabei wiederhole ein Mantra und dann spürst du, wie du wieder ruhig wirst und Kraft bekommst. Die zweite Meditationstechnik, die hilft gegen Wut, ist die Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeitsmeditation wird auch als die Beobachtungsmeditation Sakshibhav bezeichnet, buddhistisch Vipassana. Achtsamkeitsmeditation bedeutet, dass du beobachtest, was geschieht. Du kannst zum Beispiel den Bauch, den Atem beobachten, zum Beispiel die Bewegung des Atems in den Nasen durchgängen. Einatmen, Nasendurchgänge kühl, ausatmen, warm. Und dann beobachtest du die Gedanken, die kommen, und du beobachtest sie, du identifizierst dich nicht damit. Du beobachtest die Gefühle, die kommen und wie sie wieder gehen. Und wenn es dir gelingt, in der Meditation Atem zu beobachten, Gedanken zu beobachten, Gefühle zu beobachten und dich nicht damit zu identifizieren, dann hilft dir das auch, dich nicht zu identifizieren mit der Wut. Wenn du dich nicht identifizierst mit der Wut, wird sie automatisch schwächer, sie wird sogar vergehen. Nächster Aspekt von Meditieren gegen Wut ist Ayurveda. Ayurveda bedeutet das Wissen vom langen und gesunden Leben. Ayurveda sieht den Menschen mit seinen Temperamenten und sagt, Ängste sind Übersteuerung von Vata-Prinzip, Luftprinzip. Und Pitta ist Übersteuerung von Feuer-Prinzip. Und zwar unabhängig, welches Dosha du normalerweise wärst. Bist du irgendwie voller Wut und Frust und Ärger, gilt es, dein Pitta-Prinzip zu reduzieren. Und wie machst du das? Zum Beispiel über Meditation, über Tiefenentspannung. Indem du auch kalte Nahrung zu dir nimmst. Was heißen würde? Rohkost, kaltes Wasser trinken. Was auch heißen würde, Tiefenentspannungen zu üben und eben zu meditieren mit einer Meditationstechnik, die dich zur Ruhe und Gelassenheit führt. Ayurveda würde auch sagen, wenn du Pitta-Überschuss hast, dann musst du dich etwas beruhigen. Zum Beispiel weniger tun. Vielleicht dir mal einen Tag freinehmen. Vielleicht nicht so viele Stunden am Tag arbeiten. Vielleicht mehr Freizeit nehmen. Vielleicht mehr Zeit mit Partner verbringen. Gut, wenn Partner die Quelle der Wut ist, dann vielleicht etwas anderes, was dir hilft, abzuschalten, in Ruhe zu kommen. Also, Pitta-Prinzip reduzieren durch Entspannung, loslassen, kühle und meditieren. Dann geht die Wut auch wieder vorbei. Gut, wenn du jetzt Meditieren mit der Meditation loslegen willst, geh auf unsere Internetseite yoga-vidya.de und suche zum Beispiel nach einfache Mantra-Meditation. So bekommst du eine Anleitung, die dir gleich hilft. Oder suche nach Gelassenheitsmeditation. Auch die ist besonders geeignet gegen Wut. Noch mal unsere Internetseite yoga-vidya.de Mein Name, Sukadev. Und für diese Videoreihe bin ich auch mein eigener Kameramann. Und diese Videos werden auch unbearbeitet direkt ins Internet gestellt. Ich habe ja verschiedene Formen von Videos. Es gibt solche von hoher Qualität mit eigenem Kameramann, wo alles auch beschnitten wird und geschnitten wird. Und es gibt andere, wo ich einfach spreche, wie es aus mir heraus sprudelt. Und hoffe, dass auch diese Videos dir viel geben.